Nachdenkseiten. Die kritische Website. Der britisch-palästinensische Arzt Ghassan Abouzita darf nicht nach Frankreich einreisen. Ein Artikel von Karin Leukefeld. Nach Deutschland haben auch die französischen Grenzbehörden dem Chirurgen die Einreise verweigert. Abouzita war auf Einladung des französischen Senats am frühen Samstagmorgen, den 4. Mai 2024, auf dem Flughafen Charles de Gaulle in Paris gelandet, um vor dem Gremium über seine Erfahrungen als Arzt im jüngsten Gaza-Krieg zu berichten. Der erfahrene Arzt hatte im Oktober und November 2023 43 Tage lang in Gaza gearbeitet und war von den Abgeordneten der französischen Grünen eingeladen worden unter dem Thema das Völkerrecht und der Krieg in Gaza Zeugnis abzulegen. Eingeladen waren Mediziner, Journalisten und Völkerrechtler mit Arbeitserfahrungen in Gaza. Über X, vormals Twitter, teilte Abouzita vom Flughafen CDG mit, er dürfe nicht einreisen, weil die deutsche Regierung ihm für ein Jahr ein Einreiseverbot nach Europa in den Schengen-Raum erteilt habe. Er werde in einem Wartebereich festgehalten und solle deportiert werden. Die grünen Senatorin Raymond Ponce-Mange, die den Arzt eingeladen hatte, bezeichnete den Vorgang als Schande. Vergeblich protestierten die grünen Senatoren bei Außen- und Innenministerium in Paris, niemand reagierte. Eingeschaltete Anwälte konnten den Grünen schließlich einen Link übermitteln, mit dem Dr. Gazan per Video zu dem Symposium zugeschaltet werden konnte. Die Nachrichtenagentur IP erfuhr von einem namentlich nicht genannten französischen Beamten, das Einreiseverbot gehe auf eine Anordnung Deutschlands zurück. Ohne auf Einzelheiten einzugehen, sagte der Beamte, Berlin habe beantragt, dass Abouzita für mindestens ein Jahr in kein Land des Schengen-Bereichs einreisen dürfe. Wie kann Deutschland im gesamten Schengen-Raum Einreiseverbote verhängen, reagierte Raymond Ponce-Mange gegenüber Le Monde auf die Anordnung. Mathilde Panot, Abgeordnete der französischen Nationalversammlung, schrieb auf X, Die französische Tageszeitung Liberation ging dem Einreiseverbot ausführlich nach und berichtete noch am gleichen Tag, dass die Mitgliedstaaten der Schengen-Vereinbarungen, Personen, die aus einem dritten Staat kommen, die Einreise in den Schengen-Raum verweigern könnten. Möglich sei das laut Schengener Einreisekodex, wenn sie eine Gefahr für die öffentliche Ordnung, die innere Sicherheit, die öffentliche Gesundheit oder die internationalen Beziehungen eines der Mitgliedstaaten darstellen. Zudem müsse eine Ausschreibung der Einreiseverweigerung in den nationalen Datenbanken der Mitgliedstaaten vorliegen. Der ausschreibende Mitgliedstaat, in diesem Fall Deutschland, müsse Informationen wie Identität, Fingerabdrücke, besondere körperliche Merkmale und die Gründe für die Ausschreibung in der Datenbank mitteilen. Liberation schreibt, gemäß der EU-Verordnung über dieses Informationssystem wird die Entscheidung über die Ausschreibung von den zuständigen Verwaltungsbehörden oder Gerichten Aus französischen Regierungskreisen sei der Zeitung mitgeteilt worden, man habe aufgrund des deutschen Einreiseverbotes in das europäische Hoheitsgebiet keinen Handlungsspielraum gehabt. Die Grenzbehörden hätten lediglich das europäische Recht und den Schengen-Grenzkodex angewendet. Nach eigenen Informationen habe Liberation zudem erfahren, dass Ghassan Abusita von Deutschland wegen Verherrlichung des Terrorismus, Radikalisierung und Antisemitismus zur Einreise in den Schengen-Raum für ein Jahr ausgeschrieben worden sei. Man habe beim deutschen Außen- und Innenministerium in Berlin nachgefragt und sei an die deutsche Polizei weitergeleitet worden. Eine Antwort läge zu diesem Zeitpunkt nicht vor. Die Berliner Tageszeitung Taz schrieb unter Verweis auf namentlich nicht genannte sogenannte Kritiker, der Arzt stehe der Volksfront zur Befreiung Palästinas, kurz PFLP, nahe, die in der EU seit 2023 als Terrororganisation gelistet sei. Er habe auf der Beerdigung eines verstorbenen PFLP-Gründers gesprochen. Am 12. April 2024 war Ghassan Abusita am Berliner Flughafen die Einreise verweigert worden, als er an der später verbotenen und aufgelösten Palästina-Konferenz teilnehmen wollte. Die Gründe des Einreiseverbotes waren damals von deutschen Behörden laut AFP unter Berufung auf sogenannte deutsche Sicherheitsbehörden ausgesprochen worden, um »antisemitische und anti-israelische Propaganda« auf der Veranstaltung zu verhindern. Ghassan Abusita war allerdings bei stundenlangen Verhören mitgeteilt worden, er dürfe aus Gründen der »Sicherheit der Konferenzteilnehmer« und der öffentlichen Ordnung nicht einreisen. Auch eine Videoschaltung zu dem Berlin-Kongress selbst aus dem Ausland sei ihm unter Androhung von Strafe untersagt worden. Auch dem ehemaligen griechischen Finanzminister Yannis Varoufakis, der ebenfalls auf der Palästina-Konferenz sprechen sollte, war die Einreise verweigert worden. Sowohl Varoufakis als auch Abusita wehren sich rechtlich gegen die Einreiseverbote. Hintergrund der Einreiseverbote gegen Ghassan Abusita dürften die engen deutsch-israelischen Beziehungen sein, die nicht nur in der sogenannten »deutschen Staatsräson« und in Form von Waffenlieferungen, sondern auch in zahlreichen Initiativen und Organisationen deutlich werden. Wenige Tage vor dem Palästina-Kongress, der am 12. April 2024 in Berlin stattfinden sollte, hatte der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung Felix Klein im Berliner Sender Antenne Brandenburg ein Einreiseverbot für Salman Abusita gefordert, einen international bekannten Ingenieur, Autor, Historiker und Anwalt für die Sache der Palästinenser. Salman Abusita ist ein Onkel von Ghassan Abusita und wurde 1948 aus seiner palästinensischen Heimat im Zuge der Nakba, der sogenannten Katastrophe, vertrieben. Felix Klein begründete sein Ansinnen mit einer angeblichen Aussage des 86-Jährigen, wonach er, Zitat, An dem Überfall der Hamas teilgenommen hätte, wenn er jünger gewesen wäre, Zitat Ende. Tatsächlich hatte Abusita auf seinem Blog geschrieben, Ja, ich hätte einer derjenigen sein können, die durch den Zaun brachen, wenn ich noch jünger wäre und immer noch im Konzentrationslager Gazastreifen leben müsste. So stellte es Helga Baumgarten in ihrer Würdigung Salman Abusitas auf den Nachdenkseiten klar. Und zur Verwendung des Begriffes Konzentrationslager erklärte er, die Palästinenser seien nicht nur 1948 vertrieben und zu Flüchtlingen gemacht worden. Zitat, sie wurden immer wieder in ihren Lagern im Exil angegriffen. 1953, 56, 67, 71 und 87. Seit 2006 schließlich und bis heute mit grausamer Regelmäßigkeit. Zitat Ende. Klein forderte in dem RBB-Gespräch auch, die Gemeinnützigkeit des in Berlin ansässigen Vereins jüdische Stimme für einen gerechten Frieden in Nahost zu überprüfen, der den Palästina-Kongress mit vorbereitet hatte. In vorauseilendem Gehorsam hatte die Berliner Sparkasse dem Verein bereits am 25. März 2024 das Konto gesperrt, wie Michaela Raisin, Mitbegründerin der jüdischen Stimme, auf dem Berliner Ostermarsch am 1. April mitteilte. Der Antisemitismusbeauftragte hatte in dem RBB-Gespräch erklärt, die jüdische Stimme verbreite antisemitische und israelfeindliche Narrative und gehöre zu einem israelfeindlichen Boykottspektrum. Gemeint ist die internationale Kampagne zum Boykott Israels, die inspiriert vom Kampf der Südafrikaner gegen die Apartheid im Juli 2005 gestartet wurde. Die von 170 palästinensischen zivilgesellschaftlichen Organisationen eingetragene Kampagne ruft zu, Zitat, Boykott, Desinvestition und Sanktion gegen Israel auf, bis das Land internationalem Recht und den universellen Prinzipien der Menschenrechte nachkommt, Zitat Ende. Der Aufruf sei eine Antwort auf das Versagen der internationalen Staatengemeinschaft, die den Völker- und Menschenrechtsverletzungen durch Israel tatenlos zusieht, sodass sie weiterhin straflos bleiben. Anhaltende Straffreiheit Die Festung Europa bringt Zeugen zum Schweigen, während Israel sein Vorgehen straffrei fortsetzen kann, kommentierte Ghazan Abusita das von Deutschland initiierte Einreiseverbot, als er auf dem Flughafen Sedeje in Paris gestoppt wurde. Der Arzt verfügt über drei Jahrzehnte Erfahrungen, und ist seit Anfang des Jahres Rektor der Universität von Glasgow, wo er selbst auch studiert hat. Er arbeitete in freiwilligen Einsätzen in zwölf Krisen- und Konfliktgebieten im Mittleren Osten, wo er örtliche Kliniken und Ärzte unterstützte. Nach seiner Rückkehr aus dem Gaza-Krieg Ende 2023 legte er bei der britischen Polizei Zeugnis ab, über das von ihm er lebte in den Krankenhäusern Al-Shifa und Al-Ali. Er beschrieb die Todesursachen, die Art der Waffen, die eingesetzt wurden, und legte auch beim Internationalen Gerichtshof in Den Haag-Zeugnis ab. Dort läuft aktuell ein Verfahren von Südafrika gegen Israel, wegen des Verdachts auf einen Völkermord an Palästinensern und Kriegsverbrechen. Das Gericht wird auch die Klage Nicaraguas gegen Deutschland wegen möglicher Unterstützung Israels in dem Krieg durch Waffenlieferungen behandeln. Eine Eilentscheidung in der Sache hatte das Gericht allerdings abgelehnt. Die Zahl der durch den Krieg seit dem 7. Oktober 2023 getöteten Palästinenser wird von den palästinensischen Behörden im Gaza-Streifen mit 34.654 angegeben. 77.908 Personen wurden verletzt. Diese Zahlen steigen täglich. Mehr als 7.000 Menschen werden unter den Trümmern vermisst. Zwei Drittel der Toten sind Kinder und Frauen. Im Norden des Gaza-Streifens herrscht nach Angaben des Welternährungsprogrammes eine Hungersnot. Der Krieg geht weiter. Am vergangenen Wochenende, den 4. Mai 2024, wurden die Verhandlungen zwischen Israel und der Hamas in Kairo abgebrochen. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hatte erklärt, Israel werde mit und ohne Verhandlungsergebnis die Stadt Rafah im Süden des Gaza-Streifens angreifen. Die Armeeführung hat den Plan genehmigt. Am Sonntag, den 5. Mai 2024, wurde der Nachrichtensender Al Jazeera in Israel und den von Israel kontrollierten besetzten palästinensischen Gebieten abgeschaltet. Bei einem Angriff aus dem südlichen Gaza-Streifen am Sonntag, den 5. Mai 2024, auf einen Stützpunkt der israelischen Armee, unweit des Grenzüberganges Kerem Shalom, hat Israel die Abfertigung von Hilfstransporten über den Grenzübergang gestoppt und den Durchgang geschlossen. Am Montagmorgen, den 6. Mai 2024, warf die israelische Armee, kurz IDF, Flugblätter über Rafah ab und forderte die Bevölkerung auf, den Osten der Stadt zu verlassen, da ein IDF-Angriff bevorstehe. Die Menschen sollten sich in eine Zeltstadt an der Küste begeben, wo sie mit Wasser und Nahrungsmitteln versorgt würden. Quellenangaben und weiterführende Verlinkungen finden Sie auf www.nachdenkseiten.de oder im Beschreibungstext unter dem YouTube-Podcast. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte. Vielen Dank.